Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning, heute mal ungewohnt von zu Hause, ich weiß. Wir sind gerade mitten am Livestream, das sieht nämlich so aus. Und wir werden heute das Community-Frage-Video machen und das im Livestream live. Genau, dann hüpfen wir mal rein, würde ich sagen. Folgendes, und zwar wir werden das Video nämlich live machen. Das ist jetzt der Livestream, ich stream mal jeden Sonntag um 19 Uhr streamig auf twitch.tv slash barstuning.tv. Wie das Ganze aussieht, wo ihr eure Fragen stellen könnt, ist bei mir auf dem Kanal unter dem Reiter Community. Also hier habt ihr die Übersicht und dann gibt es hier noch den Reiter Community und dort wird immer ein Beitrag gemacht. Von mir stellt mir eure Fragen für das Community-Fragen-Video, den lösche ich dann und mache dann, wenn es ist, immer wieder einen neuen, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt. Genau, wir haben heute neun Fragen. Ich habe letztens schon eine Frage bekommen, ob ich nicht mit YouTube aufhören könnte. Nein! Das beantwortet eine Frage. So, der Michi Freg, der Michi Blaubek ist übrigens auch Moderator hier im Stream. Der hat schon vor einer Woche gefragt. Bekommt Franny eine eigene Videoreihe? Schwierig. Ursprünglich ist geplant, dass sie ein eigenes Projekt bekommt. Zur Zeit könnte es eventuell ein Golf 3 Cabrio werden, was ihr Projekt wird. Sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall, wir werden da mal schauen. Sie sollte ja ursprünglich, sollte sie ein S3 bekommen. Wer es mitbekommen hat, im Vlog. Wir wollten uns vor zwei Wochenenden oder so, wollten wir uns ein S3 anschauen. Hat mir doch dann abgesagt. Und schauen wir mal, ob es ein Golf 3 Cabrio wird oder wann und was es wird. Aber so weit denke ich schon. Also das könnte schon Realität werden. Bekommt der Dominik Freg, bekommt man den 16V Golf 3 auf 4x100 umgebaut? Wenn ja, wie? Ich wüsste nicht, warum man den 5x100er Lochkreis umbauen sollte auf 4x100. Das kannst du ganz einfach. Du kannst hinten die Starrachse raus auf 4x100 umbauen, aber dann hast du wieder Trommel. Das ist natürlich bescheiden. Ich weiß nicht. Also sinnvoll finde ich es nicht. Nee, einfach. Also kannst du machen, ist aber total der Aufwand für nichts. Und 5x100 ist sowieso der bessere Lochkreis, was dafür auch viel mehr Felgen gibt. Also ich würde es so lassen. So, der JD fragt. Warum bekommt man keine Antwort auf Fragen, auch wenn der genannte Tweet schon etwas älter ist? Es gibt halt auch Leute, die zu besagten Autos später gelangt sind und trotzdem Fragen haben. Ich sage euch ganz ehrlich, vielleicht habt ihr mitbekommen, ich mache das hier ein bisschen. Also ich mache das natürlich beruflich schwierig. Ich mache das aber, weil ich es möchte. Und ich kann nicht auf jeden Kommentar antworten. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das nämlich aussieht. Wie viele Kommentare ich in einer Woche bekomme. Das sind alle Kommentare, die ich jetzt vor 3 Stunden, dies, das, warte. Hier sind wir jetzt vor 2 Tagen. Vor 3 Tagen. Warte, da geht es natürlich noch weiter. Wieso? Ab und zu spinnt die Maus ein bisschen. Also das sind jetzt nur 3 Seiten und wir sind jetzt hier bei vor einer Woche. Immer noch hier eine Woche. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Ihr müsst euch da schon ein bisschen im Klaren sein, wie viel. Also wir gehen jetzt hier nochmal kurz durch. Wir sind jetzt bei 2 Wochen. und diese ganzen Kommentare hier, die, 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 geht weiter, geht noch weiter, geht noch weiter, geht noch weiter, geht, 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 geht. Und ihr seht, ab und zu nehme ich mir auch die Zeit und beantworte ein paar Kommentare. Aber ich kann natürlich nicht alle beantworten. Das muss auch irgendwie ein bisschen klar sein, dass ich halt nicht einfach immer alles beantworten kann. Das funktioniert halt einfach nicht. Das tut mir natürlich leid. Meistens ist die Community auch stark dahinter und beantwortet dann die Fragen. Aber ich sage euch mal ganz ehrlich, jede Frage, die ihr so stellt, die könnte man theoretisch auch googeln. Meistens. Schmidi fragt im Stream, was hältst du von dem Zusammenhalt... Was hältst du von dem Zusammenhalt, von der Tuning-Szene zurzeit? Na, es kommt immer drauf an, in welchen Kreisen du verkehrst. Also in meinem Kreis ist das eigentlich ganz gut. Das passt eigentlich soweit. Ich weiß nicht genau, inwiefern... Also normal ist da alles im grünen Bereich, würde ich mal behaupten. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, die dabei sind. Das wissen wir aber. Die gibt es beim Wörtersee, die gibt es auf jedem Treffen. Und die gibt es auch in jeder Szene, ob das Auto sind oder ob das, keine Ahnung, Fußballer sind oder sonst was. Genau, aber ansonsten würde ich durchschnittlich behaupten. VR6 als Fahranfänger. Lohnt es sich? Fragt der Luki. Luki. Irgendwie so. Na, was heißt lohnt es sich? Es ist natürlich, der VR6 ist da halt doch relativ anfällig und doch relativ stark. 174 PS oder 190 PS als Synchro. Ob sich das für ein Fahranfänger lohnt? Und ich sage euch ganz ehrlich, also die Teile sind günstig. Teile sind günstig, VR6 zu unterhalten, wenn du vielleicht noch in der Lehre bist als Fahranfänger. Sehr häufig so. Schwierig. Ist aber machbar. Ich habe mir auch einen VR6 als dritten Golf geholt. Wie alt war ich da? 20? Also, es geht auf jeden Fall. Was sagst du zu vergleichbaren Opel-Fahrzeugen mit Golf 3 ETC auf gleichem Niveau? Wo mitspielen? Astra F und G. Frägt der Opel-Haner. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich mit Opel noch nie beschäftigt. Also, ich denke mal, dass der Astra F bzw. der Astra G da in der Zeit eigentlich so ein krasser Konkurrent dazu war. Ich kriege es jetzt halt nur von der Golf-Szene so mit und nicht von der Opel-Szene. Also, was jetzt genau vergleichbare Fahrzeuge sind, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Muss ich halt wirklich zugeben. Ich denke mal, Opel hat schon ein paar Kandidaten, die dir da ins Rennen schicken können. Opel baut ja auch schöne Autos. Hat schöne Autos gebaut und baut teilweise auch noch schöne Autos. Immer noch. So muss ich das ausdrücken, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Genau. Sonys Garage. Grüß dich, mein Bester. Würdest du auch andere YouTuber supporten? Ich supporte nur Leute, die mir gefallen, die ich auch selber schaue. Support ist kein Mord, das weiß ich. Bloß ich muss euch ganz ehrlich sagen, früher habe ich auch auf Support gehofft und ich habe gar nichts bekommen. Oder ziemlich selten. Und ich weiß nicht, wie das als kleiner YouTuber ist. Ich bin ja immer noch ein kleiner YouTuber, aber wie das als ganz, ganz kleiner YouTuber ist, da in so eine Menge reingeschmissen zu werden und keine Hilfe zu bekommen, ist schwierig. Also ich supporte nur Leute, die ich kenne. Beziehungsweise Leute, mit denen ich mich auch selber identifizieren kann, die ich mir auch sehr gerne anschaue. Da musst du halt gewissen Content bringen. Was wäre dein Traumprojekt, wenn es keine Rolle spielt? Ja, das ist, äh, uh, dann spiele ich wieder FFA-Spiel. Ähm, schwierig an Fahrzeugen. Ich würde gerne so ein V6 Turbo bauen, aber so ein richtiges Gerät. Beziehungsweise eigentlich so ein Golf-Traumprojekt. Also ich sage dir ganz ehrlich, mein Traumprojekt hat eigentlich nichts mit Autos zu tun. Mein Traumprojekt wäre eigentlich eine riesengroße Werkstatt. Keine öffentliche, sondern einfach nur für den Kanal, wo ich die Autos zerlegen kann. Dies, das. Wo ich auch genug Platz habe. Das wäre ein geiles Projekt für mich. Aber in Autoprojekte... Ich würde gerne mal ein paar, paar, paar Videos bei einem Lamborghini machen. Ja, hier tauscht man das und so. Das wird, das wird mich reizen. Das finde ich gut. Muss ich so mal, so mal gestehen. Hallo, äh, was steht als nächstes für... Was... Oh, Mann! Was steht als nächstes für Veränderungen in deinem Golf an? Du hattest doch mal vor, ihn neu zu verlieren. Das ist richtig, ich hatte mich für Lila entschieden. Hab, äh, diese Entscheidung aber relativ schnell wieder verworfen. Weil, äh, ich Lila halt doch nicht mehr so feiere wie am Anfang. Deswegen, also verliert wird er auf jeden Fall. Wann kann ich allerdings noch nicht sagen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall noch mitbekommen. Beziehungsweise sehen. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber die nächsten Veränderungen wird jetzt auf jeden Fall sein... Ähm... Ich denke, ein anständiger Luftfilter wird noch reinkommen. Weil die Airbox haue ich dann raus aus Echtcarbon. Denke ich mal so weit. Und, ja, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Aber verliert wird er auf jeden Fall. Und ich schätze auch vor dem Wörtersee. Für nächstes Jahr. So. Kommt irgendwann mal ein Diesel-Tuning-Projekt. Das ist die letzte Frage von Mr. Gurkett. Ähm... Schwierig. Schwierig. Ähm, ich kann mich mit dem Diesel gar nicht so identifizieren. Es kann natürlich mal sein, dass ich mir mal einen Diesel holen werde. Aufgrund von Langstrecken. Kann ich aber nichts versprechen. Und ist jetzt erstmal auch nicht geplant. Also, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ne? So, genau. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz. Also, nee. Falsche Cam. Sorry. Also, hier könnt ihr eure Frage stellen, wenn ihr möchtet. Ähm, so sieht das dann aus. Die Leute stellen halt ihre Fragen. Hier habe ich jetzt gepostet, dass ich heute als Livestreame. Und, äh, ansonsten könnt ihr natürlich hier eure Fragen drunter stellen. Wenn so ein Beitrag vorhanden ist. Diesen Beitrag haben wir jetzt bearbeitet. Das heißt, der kann ich jetzt rausnehmen. Und, äh, wenn wieder ein neuer drin sein sollte. Dann könnt ihr hier einfach Fragen stellen. Ihr kriegt dann eine Benachrichtung, wenn ihr zum Beispiel die Glocke aktiviert habt. Wenn ihr Bock habt, eine Frage zu stellen, aktiviert die Glocke. Oder schaut da halt ab und zu mal rein. Ähm, dann könnt ihr auch Fragen stellen. Normalerweise kann, so mache ich sowas auch bei Instagram. Oder sowas poste ich. Dort könnt ihr mir natürlich auch folgen. Ja, gibt es im Grunde noch viel mehr zu sagen. Schreibt mir doch einfach mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so findet, wenn wir das im Livestream machen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel der Schmiede vorhin noch eine Frage gestellt. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und nimmt mir auch ein bisschen Arbeit ab. Ähm, dass ich mich nicht extra in eine Location suchen muss und so. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, ob das so in Ordnung ist. Oder ob wir das wieder machen, dass ich mich vor das Auto setze und dann die Fragen beantworte. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, war es das wirklich? Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann ihr mal das Video auch seht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf jeden Fall mal sonntags um 19 Uhr im Livestream auf Twitch. Link unten in der Videobeschreibung. Lasst es euch gut gehen. Haut da rein. Bis dann. Ciao.